Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute spiele ich wieder Mangers mit Maxi. Wir schauen, ob ich Impostor werde. Und ich werde. Und ich werde. Ach, wunderschöner Tag. Wie sollen die Typen wissen werden? Komm zu Laboratori. Ja, wie sollen die wissen, ob ich Impostor bin oder nicht? Soll ich sagen? Nein. Okay, ich sag's nicht. Nein, bitte sag's nicht. Wo bist du? Ich bin in Mads Bay. Er ist kümmert, ich hab's gesehen. Also nicht überraschend sein, wenn er gekillt wird. Nicht sagen, wo man ist oder so. Oh, wieso nicht? Ich sagte nur, dass ich... Scheiße, verdammt. Alter, wenn ich jetzt sterbe, Alter, raste ich aus. Ja. Ja, ich bin stehen geblieben. Wer ist Impostor? Ich lauf die ganze Zeit im Kreis. Wer ist Impostor? Conor, ich lauf die ganze Zeit im Kreis. Ich bin dann schon zu dem geschrieben. Ich hab einen Weg zu finden. Das kann ich nicht. Das ist technisch nicht möglich. Leute, die Leute, die tot sind, reden nicht mehr. Nur so als Tipp am Rande. Auch der YouTuber. Tipp am Rande. Tipp am Rande. Tipp am Rande. Wer ist das? In StoTube-Video. Ich bin die peachkonorien aus! Conda ist HOT! OderIEL Ich bin immer rot und heiße Among Us. Da viele heißen Among Us, aber ich mach nur Among Us Videos. So, ja, ich werde diesen... Wer? Ja, diesen komischen J3 4. Ja, ich hab mich grad vertönt. Es ist Cyan! Endlich gekillt! Kill? Ja, getötet. Kill, 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 kill... Iiiiih! Ich muss rausge... Oh mein Gott, ich muss das rauskacken. Oh mein Gott, ich muss es rauskatten. Oh mein Gott. Was musst du rauskatten? Maxi, ich habe gesagt, wer es ist. Auf. Ist das so? Es ist so spät, wie es ist. Deshalb werde ich jetzt Mietung einfach drücken. Kann man nicht. 17, 16, 15, 15, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Er hat gewöhnt jetzt zu dir. Du bist tot, Digga. Du bist tot. Los, drücke. Nein. Er hat dich umgebracht. Hat er dich umgebracht? Bei mir stand er einfach nur da so. Bitte wieder zu viel. Mann, wie viel Pech kann ich haben als YouTuber. Vor allem als erster tot sein. Ja, ein YouTuber mit 5 Abonnenten. Vielleicht ist es. Ich grüße Maximilian. Ich grüße Vater und Sohn. Mein Kaffee hinter Schlischabschlag, LP und FNAF-Mixer. Und ich glaube auch, ähm, wie ist der Typ nochmal? Keine Ahnung. Unbekannt. Anonym. Anonym. Er heißt, ja. Er heißt nicht anonym, er ist anonym. Ich cutte dieses Schimpfotter raus. Das möchte niemand sehen, auch wenn es schon rausgekattet wird. Dankeschön. Ich war sargastisch. Aber ich stolle dein Gesicht. Was ist? Hast du auf Deutsch für den Bernden? Kann ich jetzt holf mir das Schimpfotter sagen? Okay, da hast du. Aaaaaaaaaaaaaaaah. Du 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 Es ist Maxi! Es ist blau! Ich bin's nicht! Ich bin Blue! Ich hab's grad gesehen! Ich bin's nicht! Die killet in Front... Ja, das sagst du jetzt nur, wenn du bist! Ich hab's auf Bandseite! Ich hab gesehen, wie du einfach wummeln an! Hallo, du darfst dich zurückfühlen! Ja, Alter! Easy! Deshalb sollte man nie auf Youtube etwas machen! Es sollte doch kommen! Ja, weil ich hab gesehen, wie du mit ihm was wusstest! Okay, es wird ein Kill kommen! Dann zack! Ab in die Kanalisation! Warum ab in die Kanalisation? Wir machen grad sehr wunsch! Werbung für ein Spiel! Werbung für ein Spiel! So wär doch der Titel heiß! Werbung für ein Spiel! Werbung für ein Spiel! Ja, aber nicht Werbung für ein Spiel! Jedes Spiel! Jedes Spiel! Und dann werden wir mal ne Million Abonnenten haben! Also du eine! Es geht in 3, 2, 1! Ping, ping! Bitte! Das gibt's doch nicht! Okay! Es ist Maxi! Wenn Maxi so... Okay! Ich bin Imposto! Wo sind die anderen? Maxi! Maxi! Nein! Böse! Abstand halten! Ab! Ich will das nur! Ich will das nur! Gott! Ja! Ja! Tod! Wer? Ich bin es! Ja, ist es! Ja, es ist blau! Alter! Ich hab's gesehen! Oh Mann! Mann! Warum werde ich immer umgebracht? Ja, vielleicht! Immer als erstes! Ja! Es steht 3 zu 2! Gott sei Dank! Pum, 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 pum! Mein Herz kochen! Digga! Immer! Ich hab... Warum? Immer! Ich fall mir in einer Aufgabe, Mann! Ich hasse dich! Ich hasse dich einfach! Ich hasse dich einfach! Wir gehen! Ich kann nicht gemeinsam gehen, weil ihr zwei einfach... Wir! 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 Conor! Nicht auf Kippen! Jetzt! Oh, du hättest mich hassen! Ja! Conor ist so scheiße! Das musst du rausschneiden! Das musst du rausschneiden! Das musst du rausschneiden! Das musst du rausschneiden! Ah! Kossen! Leute, bitte nicht... Bitte nicht sagen, wenn ich bin. Guck, bitte! Bitte, 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 bitte... Tut, tut! Okay! Bitte, bitte, bitte... Tut, tut! Oh! Jetzt focht mir mein Herz! Oh! Nein! Nein! Kill him! Not me! Let's try something else! Look at this net! No! Don't touch that! What are you doing? Boah! 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 Ich hab so Glück! Meine Beine zittern grad! Okay, Beine können nicht zittern, oder? Können Beine zittern? Digga! 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 Weh! Du musst einfach einen umbringen! Mann! Du musst einfach einen umbringen! Mann! Im... Waaah! Im... Waaah! 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 Bitte, 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 drück den Knopf einfach. Dreh dich einfach im Kreis. Bist du den Kreis? Nein! Ey! Boah, nein! Welchen Posto bin, bring ich den Insul um? Welchen Posto bin, bring ich den Arsch um? Welchen Posto bin, bring ich den Arsch um? Alter. Ja, musst du. Als Strafe, weil du mich immer als erstes umriffst. Conna, komm, wir warten noch auf dem. Nein. Conna, komm, wir warten noch auf dem. Warum bringst du mich immer um? Ich weiß auch nicht, du bist eben so günstig. Wie? Okay, ich bin Cremator. Ja, Conna, du, was du auch wirst, ich hab den blauen Bildschirm gesehen. So. Ja, komm, Impostor, bring mich instant um. Ja, ich hab gar keinen Bock mehr für morgen. Können wir was anderes zocken? Nein. Komm schon, wir spielen schon den ganzen Unterricht. Wenn ich einmal Impostor werde. Nein. Bitte bring mich um, bitte Orange. Ich hab keinen Bock mehr zu leben. Ich auch nicht mehr. Wo ist Orange? Weil ich eh mal Speziment tun. Ich steppe eh mal als erstes. Los, bring mich um. Los, bring mich um. Los, los. Los, los. Los, los. Los, los. Los, los. Los, los. Mein Wunsch wird erfüllt. Bist du umgebracht? Nein, das gibt's nicht. Es tut mir leid, Conna. Du armer Conna hier. Komm, Conna. Nicht weiter. Ich wollte es nicht hinziehen. Komm, Conna. Hier, Conna. Schneller, Conna. Schrecklich hin, Conna. Schneller, Conna. Sonst nimmt es das für den Platz weg, Conna. So, Conna. Ich rote einfach den Typen da raus. Weil er mir auffällig ist. Ist auch die Aufnahme an? Tschüss. Tschüss. Welches Schneideprogramm verwendest du? Ist das da in der App dabei? Wieso, Conna. Das? Wieso alle mich? Nur weil ich schon fünfmal Imposter war? Was not der Imposter? Ja, ich glaub, der weiß ist es. Ich mach einfach, ich mach einfach Ding. Ich mach einfach. 18, 17, 17, 20, 27, 28, 23. Kann ich dir herausfinden, wo wir sind? Soll ich sagen, wo wir sind? Nein. Nicht? Sonst kommen alle Leute. Bitte, also komme. Also, so viele Abonnenten hast du doch. Okay, es ist eh nur über ihre Schuhe. Schreib itzian. Ja, itzian, es ist... Warum kickt jemand in den Falschen? Wenn der Imposter gewinnt, dann wird diese Aufnahme sofort gelöscht, wenn der Imposter gewinnt. Ich werde ihn boten. Wohoho, itzian. Warum schaffst du nicht zian reingeschrieben? Jetzt wird jeder weiß worden und der zian gewinnt. Ja. Das ist so blöd. Ja, so blöd. Weil es so blöd ist. Ja. Ja. Hä, cooles Auto. Die haben... Die... Probieren wir es mal. Wir sagen, wo wir wohnen. Also, welche Schule wir haben. Und dann schauen wir mal, wie viele kommen in einer Woche. Immer um 17... Naja, nächste Woche. Wir sind immer um 17 Uhr. Nächste Woche. Genau, wir machen jetzt eine Rally. Wir machen eine Rally, bis wir eine Million Abonnenten haben. Wir geben jedes Mal eins dazu. Und wer uns als Erster hier findet, wo wir gerade sind, der, der, der bekommt was. Weil ich den Postel bringe ich sofort zian um, weil der mich immer als erstes umbringt. Dieses Stück Scheiße. Bin ich auch ein Stück Scheiße? Ich habe keinen Bock, das rauszugehen. Nein, du hast mich nur einmal als erstes umgebracht. Dieses Stück Scheiße hat die Pfiffen miteinander umgebracht. Soll ich in den Chat schreiben, du Stück Scheiße? Ja, das mache ich. Du? US-Soul. Du? Ich bin drinnen. Stück Scheiße. Stück Scheiße. Du kannst beginnen. Beginne. Ah, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ja, das geht. Er ist gegangen. Grammissimo. Nicht, dass ihr denkt, dass wir knutschen. Ich küsse meine Maske. Ich auch. Äh, Conor. Okay, ich spiele dir eine Runde. Ich bin nämlich Imposter. Conor, gehst du? Conor, komm los. Ich mach diesen. Immer dieser Ohr. Immer. So, jetzt. Ich mal wenigstens spielen. Nein, wieso? Heute, wie Imposter und solche Imposter war, würde ich eh mal rumgebracht. Hey, cool, sein Handy liegt hier. Äh, ja, ich habe gerade eine Stimme gemacht. Äh, einen Kick. Nein, sie wissen. Äh, läuft die Aufnahme noch? Hallo? Ich habe gleich einen fucking Anfall. Ja? Was, am Morgen? Das wurde, äh, ich bin geläfft. Ich wurde gekickt. Okay. Äh, ich, ich läffte auch. Und damit würden wir... Nein, ich möchte noch eine Runde machen. Wenn ich da nicht Imposter werde, lösche ich die Aufnahme. Komm schon, wir löschen. Äh, also wir machen jetzt Schluss, weil mein Bus kommt. Okay. Komm, dann tschüss. 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 Nee, wenn ich Imposter werde, dann... Wenn ich nicht Imposter werde, dann... Tschüss. Ich bin nie wieder Among Us, Leute. Ich bin dann nie wieder Among Us. Weil immer als Erster umgebracht zu werden, ist mega fucking scheiße. Immer als Erster, man hat gar keinen Spaß. Ich heule fast, deswegen. Das ist die ganze Wehe. Ich gehe damit die Aufnahme extra lang, wie es... Weil dann werdet ihr die siebte Minuten Aufnahme haben, wo ich nicht rede. Und der beginnt. Dann, wenn ich den Posten werde, dann... Und ich hoffe, ich hat es gefallen. In diesem Scheiß-Video. Wenn... Wehe... Jeder... Leftet... Dann... Raste... Ich... Aus... Ich... Ich... Blu-Wend? Okay. Danke. Zykler, bitte. Ich bring Zykler um. Wenn ich jetzt fliege, dann... Wenn ich fliege, dann... 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 Ich mein Kanal und mein das Video. Ist blue. Ja, es ist blau, Digga. Zykler. Zykler. Spastis. Zyk. Zykler. Es muss Zykler sein, Leute. Bitte. Ich möchte nicht fliegen. Wenn ich fliege, hinter mir sind Spastis. Wenn ich fliege, dann... Dann, ja, dann spiel ich wie jeder. Dann... Dann... Pinze. Bin... Einfach... Ein... Wehe... Ich... Bin... Dann... Raste... Ich... Aus... Ich hoffe, euch hat es gefallen mit dem Schall-Video. Wenn nicht, dann ist es mir scheißegal. Abonniert mich, wenn ihr noch mehr von diesen heulenden Videos sehen möchtet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ich habe einfach nur Pech. Wenn... Also... Und genau, ein Hacker! Immer! Wenn... Ich werde rausgeholtet. Dank! Ich bring Türklär um. Der ist so ein Arsch! So ein Hekt! In me was the naughty. Yes, I left. Left again. Tyklär ist... Vertraut, Luca. Vertraut, Freunde. Ich warte, bis Tyklär hier ist. Ich bring ihn dann an. Tyklär. 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 Dann tue ich so, ob ich fix... äh... Ich bin ganz friedlich, wenn ihr das Wort kennt. Ich wollte gerade da hingehen. Nein, ich bin ganz friedlich, wenn ihr das Wort kennt. Ich komme ja. Ich komme zu. Ich komme zu. Green. No. No. Not. Dark safe. Ich steppe dann. Dark green safe. Ja. Cyan safe. Okay. Ich... Cyan safe. Dann gibt es ja nur noch einen. Cyan. Cyan. Skip. Nee. Ich sterbe dann. Dann hasse dich aus. Merkt ihr schon nicht? Merkt ihr es? Einer ist geläfft. Einer ist geläfft. Tickler, ich hasse dich. Detektiv. Okay. Wer hat gesagt, dass ich bin? Queen. Demon Stern. Demon. Demon Stern. Einer ist ganz zu gern. Das alle umbringen, die mich verdächtigen. Tick. 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 Vielen Dank.